Guten Morgen, willkommen zu unserem TQ Traumoment Skitour. Freut mich, dass ihr da seid. Wir sind hier im Piztaler Gletschergebiet, damit auch sehr schneesichert. Jetzt haben wir auch noch Neuschnee bekommen. Wir gehen zum linken Fernerkogel hoch. Das sind eben diese 600 bis 700 Höhenmeter. Folglich gibt es ein paar Dinge zu beachten, dass wir alle gesund wieder nach Hause kommen und einen geilen Tag erleben. Ich erwarte mir jetzt heute Fetzen Gaudi, weil das Wetter ist super schön. Bestehbedingungen sind auch nicht schlecht. Dass wir einfach Spaß haben und dass wir später auf der Hütte noch mit dem Schlick gehen können. Es ist eine anspruchsvolle Tour. Es ist nicht ganz easy einsteigermäßig. Darum glaube ich schon, dass den die ein oder andere an ihr sportliches Limit bringt. Aber genauso soll es ja sein. Grenzen erleben, verschieben und dann genussvolle Abfahrt erleben. Das heißt, wir brauchen jetzt immer einen Kettergurt. Den werden wir nachher dann anpassen. So, dann sagen wir Bock ganz langsam. Harald viel gesprochen, tu voraus, viel hinterher. Dass ich unter professionellen Bedingungen mit Top-Coaches mal an meine Grenzen gehen kann und hoffentlich auch noch eine geile Abfahrt haben kann. Erstmal dachte ich so, oh ist das Spam? Ich habe was gewonnen. Was ist denn hier los? Dann habe ich beinahe gelöscht, aber noch mal reingeklickt und dann habe ich mich gefreut, dass ich doch noch reingeklickt habe. Aber als ich gehört habe, dass wir das gewonnen haben, habe ich erstmal gar nicht glauben können, dass ich mir auch mal was gewinnen. Das ist echt Zufall. Es war ein mega cooler Tag, so viele Erlebnisse, Hammerwetter. Besser kann es nicht sein. Ich glaube, das war ein Traumtag vom Allerfeinsten. Wer hätte bei der Wettervorhersage damit gerechnet, dass wir hier so einen Bluebird, also wirklich so einen Traumtag erleben, auch noch einen wunderschönen Pulverschnee sozusagen unter die Skier bekommen haben. Ja, es war natürlich absolut super. Wir haben geile Bedingungen gehabt. Wir haben Spaß gehabt. Mit dem Flickli war es gut. Wir haben einen Bergführer gehabt, der wirklich sich um alles gekümmert hat. Wir wurden gut gefordert und sind eine geile Abfahrt gefahren. Und haben uns dann verdientermaßen wirklich eine schöne Pizza mit einem gemütlichen Bier wohlverdienen. Und ich glaube, es war jeder happy, dass man in so einer schönen Location dann den Tag abschließen, abrunden konnte. Also, dass TQ und auch mein Arbeitgeber damit solche Erlebnisse einfach möglich macht, das ist natürlich auch wirklich Wahnsinn. Ja, das hast du überall. Das ist toll, dass da so eine Partnerschaft besteht. Gerade als Sportbegeisterter, der einfach bin. Und ja, war super. Das ist etwas Außergewöhnliches, was nicht viele, viele Arbeitgeber machen, die viele Unternehmen machen. Und es ist auf jeden Fall ein geiles Konzept und das sollte man weiter so machen. War auf jeden Fall ein TQ-Traum-Moment für mich. Hätte nichts besser sein können. War alles in allem einfach ein perfekter Tag. Es war wieder mal ein cooler Traum-Moment. Und ich freue mich drauf, wenn ich das nächste Mal mit euch unterwegs sein darf. Also, dann bis zum nächsten Mal.